Danke, Herr Präsident. Meine Frau Bundesministerin, möchte ich sagen, Frau Noch-Bundesminister im Fall der zuständigen Dame für die Landesverteidigung, wissen Sie, wann Ihre heutige Erklärung hier ein Befreiungsschlag hätte sein sollen? Da muss ich Sie enttäuschen. Es war der nächste Rohrkrepierer, den Sie hier produziert haben, vor den Augen der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem österreichischen Bundesheer. Und wenn die ÖVP hier groß den Mund aufmacht und Entschuldigungen einfordert, dann wäre es eigentlich angebracht, dass Sie sich entschuldigen beim österreichischen Bundesheer für das, was Sie in den letzten Wochen an Schaden angerichtet haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte heute gleich am Beginn einen der Ihren, einen aus dem Stall der österreichischen Volkspartei, dann glauben Sie es ja vielleicht eher, in Stellung bringen. Er sitzt da hinten in der zweiten Reihe, der Herr Abgeordnete Karl-Heinz Kopf, der im Jahr 2013 Klubobmann der österreichischen Volkspartei gewesen ist, Klubobmann einer Regierungsfraktion. Und jetzt bitte gut zuhören und durchaus etwas Vernünftiges im Zusammenhang mit dem österreichischen Bundesheer gesagt hat. Ich zitiere, das Bundesheer und damit die Sicherheit der Menschen sind nicht das Privatversuchslabor für die irrwitzigen Ideen eines Verteidigungsministers. Nun, zugegebenermaßen, das war damals gerichtet gegen einen der beiden Herren, Darabosch oder Klug, es ist wurscht, man muss nicht auseinanderhalten, Sie waren beide Blindgänger, aber es war treffend und richtig, es war treffend und richtig und wenn es damals treffend und richtig gewesen ist... Ich würde Sie bitten, das Wort Blindgänger nicht zu verwenden und sich dafür in einer anderen Form, das ist entwürdigend für eine Person. Also ich halte es für einen militärischen Fachausdruck, der in dieser Debatte durchaus angebracht ist, Herr Präsident. Aber wenn es damals treffend und richtig gewesen ist, dann ist es jetzt noch viel treffender und dann ist es jetzt noch viel richtiger, wenn man diese Worte gegen Sie verwendet, Frau Nochverteidigungsminister. Ich meine, irrwitzig ist ein hervorragendes Vokabel, es ist ein Volltreffer sozusagen. Irrwitzig, das ist eine wirklich punktgenaue Bezeichnung für den Kahlschlag, den Sie von Seiten der ÖVP, natürlich mit dem Flankenschutz der Grünen, die immer dabei sind, wenn es gegen die österreichische Sicherheit geht, den Sie unter dem Codenamen Heer 2020 durchziehen wollen. Das ist ein Großattentat auf das österreichische Bundesheer, das Sie gegenwärtig ausarbeiten und kein kleiner Kommunikationslapsus, wie Sie uns glauben, machen möchten. Frau Nochverteidigungsminister, Sie haben sich heute farblich ein bisschen umadjustiert. Wahrscheinlich haben Sie schon gemerkt, dass Ihre Inszenierung in erdfarbenen Ensemblen über eines nicht hinwegtäuschen kann, nämlich darüber, dass Sie in Wahrheit agieren wie eine politische Abrissbirne der österreichischen Volkspartei gegen das österreichische Bundesheer und damit gegen die militärische Landesverteidigung. Zusperren, kaputt sparen, abbauen, zerschlagen, ausverkaufen, demoralisieren, ruinieren. Das ist die Wahrheit hinter Ihrem Reformprojekt. Und da können Sie jetzt zurückrudern, wie Sie wollen, damit Sie es verstehen, die Kuh ist aus dem Stall, Frau Verteidigungsminister. Der größte Feind des österreichischen Bundesheeres, der größte Feind des österreichischen Bundesheeres, der sitzt gegenwärtig nicht jenseits unserer Landesgrenzen, sondern an der Spitze der Befehlskette des eigenen Ministeriums. Dort sitzt der größte Feind des österreichischen Bundesheeres. Und am Ende, was soll herauskommen? Ein Zwutschgerl-Bundesheer, möchte ich fast sagen. Eine Mini-Mundus-Armee, keine Rede von auf der Höhe der Zeit, sondern eine internationale Lachnummer wollen Sie da kreieren. Einen Hybrid, möchte ich sagen, aus Feuerwehr, technischen Hilfswerk. Und wenn die ÖVP das dann braucht, dann dürfen unsere Soldaten auch noch ein bisschen Pisten treten, Regale schlichten, Backerl schupfen. Ja, Erntehelfer, das ginge vielleicht auch noch, wenn der Bauernbund gewisse Begehrlichkeiten anmeldet. Erntehelfer, das ginge wahrscheinlich auch noch. Und das ist die Dankbarkeit der ÖVP gegenüber dem österreichischen Bundesheer, dass immer für diese Republik da gewesen ist, wenn es hart auf hart gegangen ist. Denke nur zuletzt an die Migrationskrise des Jahres 15, 16 und ich denke an den Corona-Einsatz jetzt. Und ich finde es auch irgendwie symptomatisch und in gewisser Weise bemitleidenswert, dass die zuständige Ministerin nicht einmal ein Wort des Dankes an die aktiven und ehemaligen Kräfte des österreichischen Bundesheeres bei ihrer Erklärung zum Ausdruck bringt. Ich tue das hiermit an Ihrer Stelle. Statt das Bundesheer zu befördern, degradieren Sie es, um im Jargon zu bleiben. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat denn dieses Bundesheer so falsch gemacht, um nicht zu sagen, was hat denn das österreichische Bundesheer verbrochen, dass es derartig in Ungnade gefallen ist. Gar nichts, gar nichts. Der Wind oder man könnte sagen, die Winde wehen in diesem Zusammenhang aus einer ganz, ganz anderen Richtung. Das, was Sie machen, Frau Verteidigungsminister, ist nichts anderes, als den klaren türkisen Kampfauftrag des österreichischen Bundeskanzlers umzusetzen. Der Regierungschef in Österreich, Bundeskanzler Kurz, das ist einer, der mitsamt seinem Anbetungsverein keinen positiven Bezug zum österreichischen Bundesheer hat, zumindest nicht, was die militärische Komponente und was die Landesverteidigung betrifft, als einer, der kein Verständnis hat für die unverzichtbare Rolle des Bundesheers im Rahmen der Verfassung, zum Erhalt der Sicherheit, der Freiheit, der Neutralität und unserer Souveränität. Und es ist auch jemand, der null Verantwortungsbewusstsein über die, auch wenn er es nicht glaubt, enden wollende Phase seiner politischen Macht hinaus an den Tag legt. Schauen Sie, das Bundesheer, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat aus Sicht dieser türkisen Blase ein paar grundlegende Fehler. Erstens, es kostet was und es ist dauernd lästig. Zweitens, es ist nicht hip genug, zu wenig Cyber und so weiter. Und drittens und vor allem, es ist nicht bis in die letzte Phase türkis oder schwarz eingefärbt, so wie man es am Paradebeispiel Innenministerium sehen kann. Und da schließt sich dann wieder der Kreis, weil es haben sich ja schon viele gefragt, bitte, wie um Himmels Willen wird denn diese Frau Tanner aus Niederösterreich, wie wird denn die zur Verteidigungsministerin? Nur durch eine besondere Affinität zum Bundesheer sind sie nicht aufgefallen. Es ist etwas anderes, was sie auszeichnet. Ich möchte sagen, es ist der Kadavergehorsam, der der ÖVP Niederösterreich immanent ist, der dazu führt, dass sie ohne Scham von der Spitze des Ressorts aus das Bundesheer ruinieren. Da waren sie die Bestqualifizierte und deswegen sitzen sie da, wo sie sitzen. Und am Ende steht ein kleines, billiges, EU-kompatibles und vor allem vollkommen schwarz und türkis eingefärbtes Bundesheer. Das ist die Zukunftsvision, auf die sie hinarbeiten. Und ich sage das deswegen mit dieser Leidenschaft, weil ich es selber erlebt habe und weil wir in der Koalition gegen diesen Wahnsinn Widerstand geleistet haben. Es war ja auch der Auftrag des selben Bundeskanzlers an den Verteidigungsminister Kunasek, von der Spitze des Heeres gegen das Bundesheer vorzugehen. Aber da hat er auf Granit gebissen, der Herr Bundeskanzler, dort hat er auf Granit gebissen. Jetzt gibt es keinen Widerstand mehr und jetzt wird dieser Versuch wiederholt mit Ihnen als Oberkommandierender dieses parteipolitischen Auftrags. Und ich sage nur eine Erlebnis, weil es so symptomatisch ist. Während wir darum gekämpft haben, dass die Luftraumüberwachung in Österreich so stattfindet, dass sie diesen Namen verdient, war die Empfehlung des Bundeskanzlers und seines Anbetungsvereins, man möge doch auf Flugzeuge verzichten und am besten auf Drohnen zurückgreifen. Am besten wäre es gewesen, wir hätten diese Dinger beim Saturn gekauft. Das ist der Zugang der österreichischen Volkspartei, der neuen Volkspartei zur Landesverteidigung und es ist eine Schande. Und ich sage Ihnen eines noch, die Gefahren und die Bedrohungen, die sind für Österreich nicht geringer geworden. Ganz im Gegenteil, sie sind vielschichtiger geworden und sie sind komplexer geworden. Das wird Ihnen ja der Generalstab wahrscheinlich schon einige Male bis ins letzte Detail herunterdekliniert haben. Und wer Ihnen etwas anderes erzählt, den können Sie gleich mitnehmen, wenn Sie dann zurücktreten. Es ist eben so, dass die Welt nicht nur aus Cyberattacken besteht, sondern da gibt es auch noch Migrationskrisen, die Sie auch bis vor kurzer Zeit für unmöglich gehalten haben. Da gibt es Konflikte in unserer Nachbarschaft. Können Sie mir die Garantie geben, dass alle unsere Nachbarländer, die militärisch gut ausgerüstet sind, politisch immer stabil bleiben? In der nächsten Zeit können Sie die Garantie übernehmen? Und was sagen Sie eigentlich zu terroristischen Bedrohungen, die sich nicht nur im Cyberraum abspielen, sondern wo wir wissen, dass Terroristen auch schweres konventionelles Gerät zum Einsatz bringen und dass wir dort in der Lage sein müssen, entsprechend dagegen zu halten? Das können Sie ja nicht einfach wegwischen. Und alle anderen Länder rund um uns herum, und nehmen Sie nur die Schweiz, sind so intelligent, um darauf zu reagieren und stocken auf, was die Bewaffnung betrifft und was die Mannstärke betrifft. Das nenne ich verantwortungsbewusste Verteidigungspolitik. Das ist das Gegenteil von dem, was Sie hier aufführen. Und am Geld, Frau Minister, kann es nicht liegen. Milliarden nach Brüssel für den Club Meta Europäischen Union, hunderte Millionen, wenn Erdogan wieder vor der Tür steht und die Hand aufhält. Millionen für die Integrationspolitik in diesem Land, deren erfolgreiche Früchte wir jeden Tag in Wien erleben können, bei den Schlägereien der Türken gegen die Kurden. Hunderte Millionen für die Lufthansa. Also bitte, am Geld kann es nicht liegen. Was hindert diese Regierung daran, das Bundesheer vernünftig auszustatten? Dort müssen unsere Söhne einrücken. Das sind Arbeitsplätze, die in Österreich gesichert werden. Das sind wirklich wichtige wirtschaftliche Faktoren für die Region. Das ist ein Stück Identität und es ist vor allem der letzte und effektivste Garant für unsere Sicherheit. Aber da haben Sie kein Geld. Es ist ein Jammer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und bei all dem Negativen bleibt eigentlich nur ein Trost. Nämlich die Feststellung, dass das österreichische Bundesheer schon viele schwierige Phasen überlebt hat. Und es wird auch Ihre politische Ära überleben, Frau Verteidigungsminister. Das österreichische Bundesheer wird es noch geben, wenn diese Regierung längst der Vergangenheit angehört. In diesem Sinne, lang lebe das österreichische Bundesheer. Danke. 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 Danke.